So Freunde, willkommen zu The Run, ich let's place jetzt doch, oh man, statt so vielen Schwierigkeiten mache ich es jetzt trotzdem. Allerdings Leute, ich werde jetzt, haltet mich bitte nicht für Noob, ich fange es jetzt wieder von vorne an. Ihr seht schon, ich bin Level 17, ich habe alles schon gemacht, ihr seht, ich habe es jetzt schon durch, ich habe es so übelst schnell durchgerockt. Punkt ist, ich werde jetzt aber folgendes machen, ich werde es auf leicht spielen, um mir einfach scheiß Frustmomente zu sparen. Denn, ihr wisst, das Projekt hat schon meine Nerven strapaziert bis zum Gehtnichtmehr. Und ich hoffe, ich kann alles noch irgendwie gut rüberbringen, der erste Part, den ich wirklich hatte, war so genial, es war so cool, was Gerede war. Und überhaupt der erste Eindruck, wie ich abgegangen bin, wie ich mich gefreut habe über alles. Das kommt alles jetzt halt nicht mehr so gut rüber, aber ich hoffe, ich kann euch trotzdem ein saugeiles Bild von dem Spiel machen, denn es ist der absolute Wahnsinn bis zum Ende. Am Ende wird es, muss ich ganz ehrlich sagen, ein klein wenig nervig. Das Spiel ist auch nicht perfekt geworden unbedingt, aber ich sage nur mal so, wenn ich jetzt viel rummeckere, dann denkt ihr, oh, das Spiel ist scheiße. Nein, ich sage eins vorneweg, ich finde das Spiel richtig geil. Das ist meine Meinung zum Spiel, es ist geil. Also wenn ich jetzt drum merke, oh, das ist scheiße, es ist trotzdem meine Endstellung, dass ich das Spiel cool finde. Hier passiert eh noch was Tolles, deswegen rede ich einfach, nicht, dass wegen der Musik noch irgendwas gesperrt wird, meine Damen und Herren. Schönes Outro übrigens, schöner Porsche. I like it. Mal gucken, wie das jetzt auf leicht abgeht. Also ich habe es auch nicht auf schwer gespielt, da stehe ich auch zu, ich habe es auf normal gespielt. Und selbst da gab es an manchen Stellen Momente, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, bin ich scheiße. Deswegen will ich das einfach nicht mehr haben. Spiel wird trotzdem von mir knallhart bewertet, ich werde euch dazu sagen, was mir gefällt, was ich scheiße finde, was komisch ist, was man hätte besser machen können, erfahrt ihr natürlich alles von mir, ist kein Problem, Standard. Es tut mir leid, dass ich von der Story jetzt nicht so mitgereißen werde, war beim ersten Mal bei der Aufnahme natürlich ein bisschen besser. Und da sieht man schon, hmm, sieht so aus, als würden wir in Schwierigkeiten stecken. Da habe ich schon so gesagt, das hat mich schon irgendwie an Heavy Rain erinnert. Das, die Szene finde ich jetzt schon mal richtig geil gemacht, kann man echt nicht anders sagen. Und jetzt geht es schon los, dass wir hier uns raus Quick Timen müssen. Es kann sein, dass das Headdack dann ein bisschen ein komisches Geräusch von sich gibt, aber damit müsst ihr wohl wieder überleben. Komm schon. Wow, was sind das denn hier für Knöpfe, die man drücken muss, oh mein Gott. Das sind aber genau dieselben. Wow, da war ja noch was. Und das Coole ist, das Spiel geht nicht langsam irgendwie los, wie bei allen anderen Need for Speeds eigentlich. Ja, okay, weil, bei Ground 2 hat man ja auch direkt den fetten Nissan gehabt, von der einen Tusse, bei Most Wanted hat man den fetten BMW am Anfang gehabt. Aber, ach, ist doch egal, vergesst den Satz einfach. Aber hier geht die Action halt direkt wirklich los. Und dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt auch vielleicht so abgeht. Und ich hoffe nicht, dass ich mich irgendwie blamieren werde. Auch wenn es mir keiner glaubt, wirklich im allerersten Run. Ai, Mist. Jetzt habe ich die Hände von Kottolge gelassen. Im ersten Run, den ich jetzt aufgenommen hatte, vor ein paar Tagen. Vor Tagen, gestern war das jetzt. War es wirklich so, dass ich keinen einzigen Fehler gemacht habe. Und es einfach so perfekt war. Deswegen hat es mich halt auch so aufgeregt, dass die Aufnahme weg war. So, wir müssen jetzt erstmal hier diesen Gangstern entkommen. Und hier fahren wir schon durch den ersten Checkpoint. Also, wenn wir hier jetzt irgendwas vermasseln, können wir ab hier neu machen. Das ist genial. Und dafür hat natürlich jetzt ein Auto. Das gibt es doch gar nicht. Man kann hier die Wagen auch, ich will nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht, ob man die hier schon crashen kann oder nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, weil hier passiert gleich eh einen Unfall. Oh, da schießen wir schon auf einen. Oh, wie genial, aber... Ah, geil, mein Level ist gespeichert. Das bedeutet, ich kriege schon übelst Nost. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das war knapp. Das war knapp. Oh, da bin ich aber auch extrem weit rechts gefahren. Jesus, ey, oh. Boah, da geht mir selbst jetzt noch die Pumpe, ey. Da sieht man schon, wie geil dieses Spiel ist. So, jetzt lernen wir Sam kennen. Denn das Spiel The Run, es geht halt... Ja, da machen 200 Leute mit. Jeder sponsoriert das Geld, dass 25 Millionen zusammenkommen. And the winner takes all. Und das wird uns jetzt hier einfach in diesem Video nochmal erklärt. Und es geht jetzt hier erst richtig los. Also, wir hatten wohl irgendwo Schulden bei irgendwelchen krassen Gangstern, die uns den Arsch versöhlen. Und ja, das ist halt unsere einzige Chance, irgendwie nochmal was zu reißen mit diesem Geld. Das heißt, du hättest dir was eingebracht, Jai? Von ihm. Mechstun hat noch keinen weitergebracht, oder, Sam? Ich verstehe gerade noch nichts mal. Zumindest keinen aus unserem Block. Aber ich kann dir helfen, die Sache zu regeln. Und was du, ich? Was du am besten kannst. Besser als jeder andere. Komm schon. Du kanntest meine Antwort schon, bevor ich hier reinkam. Ich würde euch gerne die Untertitel anmachen, aber ich hab Schiss, wenn ich jetzt Start drücke, dass ich das Video skipp. Das Rennen geht von San Francisco nach New York. Nur die besten Fahrer. Gewinnst du? Löse ich dein Problem und geb dir 10% ab. Wow, 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 wow. 10%? Es geht um 25 Millionen. Rechne es auf. Nach dir. Aber ich find's wirklich echt geil gemacht. Auch wenn die Story irgendwie so ein bisschen flach ist. Ich weiß ja jetzt alles, wie es ausgeht und dies und jenes. Wenn es ein bisschen flach ist, die Story, ich find's trotzdem geil. Simple Story, die trotzdem irgendwie genial ist. Ich mag sowas total. Es muss nicht immer so was ausgefallenes sein mit hier. Boah, was weiß ich was. Hast du noch nicht gesehen? Ganz schlicht, aber geil. Genial. Und die Rennen, ich sag's nur jetzt schon mal, ey. Die haben's so in sich. Das ist, glaube ich, wirklich das aufregendste Rennspiel, was ich hier gezockt hab. Hiermit bleiben wir in Kontakt. Jetzt brauchst du erstmal ein Auto. Auto? Kein Problem. Ja, Leute. Jetzt wisst ihr schon mal Bescheid, um was es überhaupt geht. Ich hoffe, dass überhaupt Leute die Parts jetzt bei mir überhaupt noch gucken, denn ich werd natürlich auch gucken, ob sich das für mich noch weiterhin lohnt. Wenn ich jetzt sehe, das Video wird nach drei Monaten, das macht gar keinen Sinn, aber ich übertreib's ein bisschen, nach drei Monaten fünfmal geguckt, dann macht das für mich keinen Sinn weiterzumachen. Es muss schon jetzt von euch ordentlich geguckt werden. Ich setz mich hier extra hin, mach das jetzt für euch. Und deswegen werde ich für Raim wohl, ja, wird dann wohl später erst losgehen. Und wahrscheinlich auch nicht mehr blind, weil ich es dann auf jeden Fall vorher schon mal zocken werde. Und Saints Row 3 werd ich mir auch noch im Dezember holen. Viel zu viel zu zocken, ey. Ich hab doch gar keine Zeit. Und der Fail war ja, wo ich angefangen hab aufzunehmen beim ersten Mal, war's PSN down. Das bedeutet, ich konnte mein Key für die Limit in Dich nicht eingeben und dann hab ich schon mal angefehlt. Das war toll. So, Leute, der Punkt ist, jetzt kommen wir schon hier zur ersten Auswahl. Wir haben den BMW, ein Nissan, ein Ford, ein Camaro, den hat die Deathbone genommen. Dann hier der coole Porsche, den wollte ich eigentlich nehmen, aber... Aber was hat denn der Heckantrieb? Boah, ich weiß nicht, ob das für die Map hier gut ist. Ich glaub, er hier ist... Na, Moment, schwenk doch mal um. Nee, er hat auch Heck. Ja, Freunde, Porsche... Ach komm, wir nehmen einfach mal den Porsche. Ich hab letztes Mal den BMW genommen. Deswegen nehmen wir jetzt mal den Porsche. Das hatte ich eigentlich eh vor, aber... Was soll's? Der Anfang ist eh so geil, ey. Aber den habt ihr jetzt wahrscheinlich eh schon mal in Deathbone gesehen. Also kennt ihr ja eh schon alles. Wehe, Leute, wehe. Es kommen nicht viele Kommentare. Dann gibt's Ärger. Nein, ich drohe meinen Abonnenten noch nicht. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ah, das Spiel bockt, ey. Das Spiel bockt und... Ich sag mal so, es ist Spielzeit an sich... Zwei Stunden. Mehr braucht man nicht. Also, nicht für das Spiel. Ihr dürft euch jetzt nicht falsch verstehen. Also, nee. Ach, ihr seht ja, wie lange es dauert, aber... Es werden halt... Okay, Leute, ich muss auf jeden Fall den Untertitel für euch mal anmachen. Und jetzt geht's auch schon los. Ich war gerade mitten noch was im Reden. Ich weiß, aber ich weiß nicht mehr was. Aber als allererstes, damit ihr überhaupt mal was seht, Schwierigkeit steht auf gar nichts. Das ist natürlich auch cool. Untertitel 1. Okay, wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad gar nichts. Auf geht's. Oh, ist das fies. Wir haben jetzt schon los... Das ist mies. Hat man nämlich eigentlich am Anfang noch nicht. Denn man levelt hier, ähm, wie bei Hot Pursuit im Singleplayer. Genauso wie im Multiplayer. Also, man hat ein einziges Level für beides. Bis Level 10 geht das noch einigermaßen wohl. Aber ab Level 12, so ungefähr, oder schon auch 10, da dauert's echt scheiße lange, Freunde. Also wirklich, dann wird's heftig. Aber online ist es auch immer lustig. Da dreht sich erst ein Rad. Und dann steht da, was der Gewinner gewinnt. Der Gewinner gewinnt. Wird ja auch lustig an. Und das ist schon ganz lustig. Da kann man dann Autos gewinnen, Erfahrungspunkte. Das ist schon ganz cool gemacht. Also die Situation schwindet sich zu. Wo ist die Verstärkung? Also in die Steuerung kam ich zum Beispiel sofort rein. Das war gar kein Problem. Aber kann auch gut daran liegen, dass ich es auf der Gamescom gezockt habe. Die Demo gesuchtet habe wie ein Irrer. Und ja, wird auch wahrscheinlich daran liegen. Geschwindigkeitsgefühl ist auf jeden Fall heftig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wow. Oh, und die Lichteffekte sind awesome. Ich denke mir irgendwie, dass ich schlecht bin in dem Spiel. Man schafft es kaum, sich hier jetzt erstmal einzuholen. Erst hier geht's jetzt richtig los. Aber die Stimme. Ich weiß nicht, ey. Die ist mir so ein bisschen Dorn im Auge. Und dabei noch die Kamera gedreht. Meine Güte, ey. Da ist der Pro of NFS. NFS nochmal wieder. Zurück und hier an allem vorbeigezogen. Nein, 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 nein. Nein, oh, verdammt. Da wollte er wieder zu viel und hat gleich die Quittung dafür bekommen. Und hier seht ihr schon. Das finde ich mich saulustig gemacht, wenn man drauf achtet. Die Polizei, die haut hier schon voll viele Racer raus. Und hier kommt man hier schon durch. Sehr schön. War direkt abkürzende noch. Boah, die Strecke hier musste ich vorhin online fahren. Boah, online ist es nur geil. Ich hoffe, Jan lädt bald, also Desmond lädt bald das Video hoch, wie wir das erste Mal online spielen. Leute, das Video, ihr werdet euch einfach nur bepissen vor Lachen. Da hat Major, Desmond und ich haben dann das erste Mal schön zusammen alle online gezockt. Oh, hier, Pagani Sonne. Wow, und da wurde noch einer rausgehauen. Es war einfach nur scheiße lustig. Da wollten wir aufhören. Und ja, dann hat sich das Rad schön gedreht und dann stand da, wir bekommen ein neues Auto, wenn wir gewinnen. Die ersten drei Plätze bekommen ein neues Auto. Boah, geil. Aber ich will noch nicht zu viel spoilern, weil da passiert einfach was ultra lustiges noch in diesem Match. Und durch das Level schaltet man sich halt auch alles frei. Da wollte ich auch eben noch mal drauf zu sprechen kommen. Also ab Level 1 bekommt man dann erstmal ein Noss. Boah, wie er wegheizt ist das heftig. Aber schon lustig hier schon ein Noss zu haben, das ist echt... Naja, Cops sind natürlich auch da. Komm, mal ein bisschen Gas geben. Bullen können wir natürlich auch wieder destroyen. Und zwar auf heftigste Weise. Und das sieht wirklich übel aus. Ich will es jetzt nicht riskieren, weil hier eh ein fetter Stau kommt. Boah, Alter. Ich will es jetzt aus. Oh Gott, oh Gott.